Ein Schloss am Wörtersee, am wunderschönen Wörtersee, wo alle Menschenfreunde singen und Rosenblühen im Sommerwind. Im Schloss am Wörtersee, erinnert es dich wie unsere Wien, wir beide gehen uns allein, ja das müsste ehrlich sein. Den Schiff der Falkenstern am Deltkette Erich Falkenstern zu grüßen, guten Abend. In einem ihrer Traummodellen im Schloss-O-D-Felden. Heute waren 25 Topstars aus Deutschland da. Da noch Thomas Gottschalen, Kirchenär, 108 Journalisten, meine Damen und Herren. Es hat sich abgespielt, das werden Sie sehen. Ich glaube, Sie sind es ja gewonnen, dass Sie in diesem Haus so zugehen. Ja, aber heute war es schon ein besonderes. Ja, wir waren schon ein paar Mal. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie in der Familie aufgenommen werden? Seit ich beim Vorhaben aktiv dabei war. Aber sagen wir mal, ich will doch interessieren, was ist jetzt dort auf der Welt passiert? Ich muss sagen, es ist ein Juwel am schönsten Platz von Europa. Es gibt jetzt nichts Schöneres in Europa, es wird ein wunderschöner Wörthersee und das schöne Schloss in Bayern. Wenn man da ist, man hat einen tollen Blick, einen tollen Service. Also ich gratuliere, das ist einmalig und es ist schade, dass es nicht mein ist. Ich sage dir ganz ehrlich, alle Journalisten kann man sagen, wo verheirst du den 70. Sie sind wo verheirst du den 70. Nur am Göttersee, oder? Nein, ich habe allen gesagt, entweder ich fahre nach Marquez oder nach Mauritius oder ich bleib da im Seespitz. Das klingt jetzt ein bisschen banal, jetzt sind die besten Badeschlapfen der Welt.